Hans Mulcher war ein deutscher Bildhauer und Maler. Leben Nach Lehrjahren in seiner Allgäuer Heimat lernte er während seiner Wanderjahre die künstlerischen Neuerungen in Nordfrankreich bzw. den Niederlanden kennen. 1427 wurde er in Ulm als freier Bürger aufgenommen. Im selben Jahr heiratete er die Bürgerstochter Adelheid Kitsin. Mulcher war als Bildhauer, Maler und Modelleur tätig und unterhielt bis zu seinem Tode im Jahr 1467 eine umfangreiche und angesehene Werkstatt. In dieser Werkstatt wirkte unter anderem mit eigener Hand auch sein Bruder Heinrich Mulcher mit Bedeutung. Unter der Vielzahl talentierter, meist namenloser Künstler des 15. Jahrhunderts ragt Mulcher hervor als starke Persönlichkeit, die sich über Jahrzehnte ständig weiterentwickeln konnte. Er war Wegbereiter des aus den burgundischen Niederlanden nach Deutschland gelangenden Realismus, der den weichen Stil seiner Zeitgenossen ablösen sollte. Im Wurzacher Altar von 1437 steigert sich sein Realismus zur betonten Hässlichkeit in den Schnitzfiguren des Sterzinger Altars jedoch findet er eine große, heitere und ernste Form wieder, der Revolutionär war zum Klassiker geworden. Mit seinem Spätwerk wurde Mulcher zum Wegbereiter für Jörg Sühlin, Michel Erhard, Gregor Erhard, Veitsstoß, Adam Kraft, Tillmann Riemenschneider unter anderem und gilt damit als früher Vertreter und Mitbegründer der Ulmer Schule. Die Greifweite seines Gefühlslebens war von fast einmaliger Spannung. Es ist ein faustisches Wesen in ihm. Werke Um 1429 fertigt er den Schmerzensmann am Westportal des Ulmer Münsters. Im Bildersturm wahrscheinlich verloren gegangen und kaum mehr rekonstruierbar sind die Figuren der sogenannten Kark-Nische an der rechten Ostwand des Ulmer Münsters. Ursprünglich ein 1433 im Auftrag der Familie Kark errichteter Wandaltar mit Darstellung der Verkündigung. Weitere Altäre Mulchers sind der Landsberger Altar, der Heiligen Kreuzdaller Altar und der Altar in Sterzing. Neben der Sterzinger Mutter Gottes sind an Plastiken noch die Reichenhofer, die Landsberger und die Bieler Finger Madonnenfiguren erhalten. Weiter zwei Engel vom Sterzinger Flügelaltar. Die Grabmalvisierung für Herzog Ludwig, den Gebarteten von Bayern in Gullstadt sowie die Plastiken für das Prachtfenster des Ulmer Rathauses. Die sogenannte Kaisergruppe am Ostfenster. Im Liebighaus in Frankfurt am Main wird eine Alabaster-Skulptur des Gnadenstuhls von Hans Mulcher aufbewahrt. Ehrungen Hans Mulcher Gymnasium Leutkirch im Allgäu Hans Mulcher Schule Ulm Weitere Bilder Punkt 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 Punkt